Rückzug, rückzug. Mensch, schleicht doch einer. Er schlich. Oh, au. Nicht ganz in meiner Nähe, aber auch nicht so weit weg, oder? Nee, du, heute kein Kaminholz. Lassen wir das mal. Nö, scheinbar nicht. Oh, doch, doch. Flucht. Ich blute. Was tue ich hier? Was mache ich bloß? Mit Pascal ist nichts mehr los. Ich bin ganz allein. Allein auf Wutz, ohne Schutz, auf Schniedelwutz. Ey, da lief doch einer. Warte mal. Wird doch wohl hier vorne rauskommen, der Sportsfreund. Schleiche ich mich mal gekonnt heran? Und, ey, erlebe doch. Gib ihm. Ja, da jammerst du, kleiner Mann. Hast du mal aufgepasst? So wie ich. Erstmal gucken. Schön. Geil nach deiner Kumpels irgendwo. Bevor ich dir das Fell abziehe. Ah, Mann. Man duckt sich regelrecht mit durchs Gebüsch. Na dann. Wollen wir mal sehen, was du Schönes hast, kleiner. So, Golden Star rein. Ja, echt sinnig so. Jetzt sind wir's auch mit. Oh. Schießt er auf mich? Rückzug, Rückzug. Oh, oh. Da quiekt auch noch einer. Ich bin hier am Kreuzfeuer, aber was ist da los? Komm, hier. Erstmal ins Dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln und im Schatten des Gebüsches fühle ich mich sicher. Gebüsch gibt Sicherheit und wohlige Wärme. Well, stein, schходит doch einer. Und mommy, schlicht doch einer. Er, schlicht. Ey, das ist n Spieler, Alter. Habe ich mal jemanden aufgezwiebelt? Ich würde jedenfalls sagen, das war ein Spieler. Da schoss noch einer. In der Skeff-Butzer schoss er sich die Seele aus dem Leib. Zurück. Die sind noch nicht fertig. Mein Loot dahinten geht mir durch die Lappen. Alter. Da. Das ist der Spieler von vorhin. Ah, sieht gefährlich aus. Den lasse ich mal lieber in Ruhe. Außerdem hat er mich nicht gesehen. Schlafende. Was war das? Mich? Was? Schlafende Hunde soll man nicht wecken? Oder sowas? So schön durchs Unterholz. Kilometer lang durchs Unterholz geschlichen hier. Ja? Was? Komm, Feuer, Feuer, Feuer! Noch einer. Zurück in meinen Schatten. Da bin ich heilgekommen. Schnauze! Alter. An der Skeff-Butzer pulsiert das Leben. Erstmal nachladen hier. Ich verstehe kein Wort, Alter. Sprich russisch mit mir. Da schlägt doch einer. Dort. Ja. Ey, erlebt noch! Komm! Jetzt ist er weg. Ich dachte schon, ich hätte ihn beim zweiten Schuss schon gar ausgemacht. Oh nein. So, kurz gucken. Oh, au! Na ja, fünf Skeffs. Leider konnte ich sie nicht abziehen. Wo bin ich hier? Ach, das... Okay. Junge, hier geht's schon wieder ab. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so weit weg von mir, oder? Ich kann das immer noch so schlecht einschätzen. Mit den Entfernungen und allem drum und dran. Aber das war... Nicht ganz in meiner Nähe, aber auch nicht so weit weg, oder? Ja gut, das war jetzt in der Ecke weg. Hallo. Mann. Da gucken wir doch glatt mal hin hier. Was da gespielt wird. Vielleicht kann man mitmischen. Den ein oder anderen Kill abstauben. Steht da einer? Nee. Ich dachte, da stand einer. Ein Männlein steht im Walde. Also, ich finde das schon geil, so mit den Maps und so bei Tarkov. Jeder hat ihren Reiz, oder? Ich meine, Woods besteht zum größten Teil nur aus Felsen und Bäumen. Aber fetzt irgendwie, hat was. Da unten auf dem Holzhof schießen sie sich die Köpfe ein. Was war das? Was ist das? Oh, da unten hat es gestaubt. Ich sehe keinen. Kampf ums Kaminholz entbrennt. Ich möchte auch eine Fuhre, einen Schüttraummeter Kaminholz für den Winter. Ob es drin ist, Jungs? Seid ihr wert, hättet ihr die Güte, mir etwas übrig zu lassen. Da, das Bisch ist meiner. Hier lasse ich mich nieder. Und, was? Au, au! Was? Scheiße. Er kommt. Geschafft. Da liegste. Kleiner Mann. Niedergeschossen von mir. So, lass sehen. Na komm. Komm. Level 41. Nehme ich doch gern mit. Ne, du. Heute kein Kaminholz. Lassen wir das mal. Ich komm nochmal wieder mit dem Anhänger und hol mir meine Fuhre. Und auch geschossen. Ich frag mich eigentlich, was mich geritten hat. Mich hier auf Wutz rumzutreiben. Alter, hab mich gesehen. Ja. Ja. Das sagt kein Mucks mehr. Aber ich muss schnell weg, bevor seine Kumpel angerammelt kommen. Die treiben sich doch bestimmt hier rum. Zu Hauf. Na bitte. Da krölt der Erste doch schon wieder sich die Seele aus dem Leib. Oh, da hinten. Komm. Fall um, Alter. So, da liegste im Dreck. Jetzt mach ich die Fresse gehalten. So, ich will schön nachladen. Stürmt vor, Männer. Stürmt vor. Oh. Ja, was mach ich eigentlich? Ich hab hier noch nie eine Lootstelle gefunden. Muss ich echt mal gucken, wo die sind. Auf der Map. Hallo. Alarm. Der hat auf mich geschossen. Das war auf mich. Gezielt. Also nicht wirklich gezielt, aber auf mich. Komm, das ist doch dezent. Rückzug. Der Borsche wird flankiert. Wir greifen die Russen über die Flanke an. Man sieht aber die Hand vor Augen nicht hier. Alles neblig. Oh, ich dachte, liegt einer und reckt sein Ärschchen in die Höhe, damit ich ihn looten kann. Oh nein, das war bloß ein schimmliger Baumstamm. Was war das? Kommt ja dezent ins Gebüsch. Dann machen wir mal ein Auge hier. So. Ich höre nichts. Was? Mich? Auf mich geschossen, oder was? Nö, scheinbar nicht. Mich ger... Oh, doch, doch. Flucht. Ich blute. Ich blute. Jetzt habe ich natürlich... Da läuft er. Läuft da einer? Doch, da läuft einer. Der lief. Ich bin bloß ein Schiff. Mann, ich habe so viel Schiss. Ich traue mich nicht mal alle zu looten, die ich hier erschieße. Zumal ich auch nicht mal weiß, wo sie alle rumliegen. Und die Zeit drängt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist auch so ungefähr. Immer schön am Zaun lang. Hier ist, glaube ich, der Bunker. Hallo. Er wirbelt Staube auf. Wo schießt er hin? Und röchelt. Verröchelt ist er. Lass sehen, Kleiner. Dicker, was hast du hier? Ja, nehme ich. So. Hier muss es doch jetzt irgendwo rausgehen. Hoffentlich knallt mich keiner ab auf den letzten Meter hier. Ich glaube da oben an diesem Auto, was da steht. Da muss ich hin. Oh, es geht hier schon los. Okay. Ich liege schön auf öfter Fläche. Aber wenn ich es ein bisschen mehr senke. Raus. Und ja, 3.350 Punkte. Sehr schön. Kann ich gebrauchen. 5 Skefs. Ne, er stimmt ja, ein Spieler. 4 Skefs. Damit kann ich leben. So, die Genauigkeit. Nochmal gucken. 500 Schaden. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020